Die Erinnerung darf nicht enden, sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken. So Roman Herzog in seiner Proklamation am 3. Januar 1996. Ich heiße Sie herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Carolin Hartmann. Seit 1996 gedenkt Deutschland jedes Jahr am 27. Januar offiziell der Opfer des Nationalsozialismus. Dieser Tag wurde bewusst gewählt. Am 27. Januar 1945 erreichte die Rote Armee Auschwitz. In den drei Komplexen des größten deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers waren nur noch knapp 8.000 Häftlinge am Leben. Zwischen 1940 und 1945 wurden hier mehr als eine Million Menschen ermordet. Juden, Christen, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderung, Homosexuelle, Männer und Frauen des Widerstandes, Wissenschaftler, Künstler, Journalisten, Kriegsgefangene und Deserteure. Am internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust sind insbesondere die Schulen aufgerufen, sich gerade mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich habe dafür ein paar besonders eindrucksvolle Materialien für Sie herausgesucht. Wer im Unterricht am liebsten mit herkömmlichen Arbeitsblättern arbeitet, findet bei der Bundeszentrale für politische Bildung die schönen Themenblätter Erinnern und Verschweigen. Die Unterrichtsmaterialien versuchen, mit Begriffen, Bildern, Zeitzeugenberichten, Zahlen und Fakten darzustellen, dass kein Erinnern ohne Wissen möglich sein kann. Der individuelle, ganz persönliche Umgang mit der Shoah wird durch fünf Darstellungen thematisiert und zur Diskussion gestellt. Das Fritz-Bauer-Institut bietet zudem umfassende Online-Unterrichtsmodule und pädagogische Materialien für die Sekundarstufe 1 und 2 rund um den Holocaust. Ganz besonders eindrucksvoll sind auch die Tonbandmitschnitte des Auschwitz-Prozesses. Neben der Transkription des 430-stündigen Mitschnitts findet Sie 100 Stunden O-Ton ausgewählter Vernehmungen. Weiterhin kann ich Ihnen das Portal Hashtag UploadingHolocaust sehr ans Herz legen. Die grundlegende Frage hier lautet Wie geht Erinnern heute? Mit Hilfe von Videomaterial und interaktivem Fragebogen werden die Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert, die eigene Haltung in Bezug auf den Holocaust zu reflektieren. Zudem kann ich Ihnen die WDR History App sehr empfehlen. Da die Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich am besten an die Erfahrungen von Anne Frank anknüpfen können, halte ich gerade das zweite Kapitel für besonders ergreifend. Die Nutzer der App lernen Anne Frank durch die Augen ihrer beiden engsten Freundinnen kennen und erleben die bewegende Geschichte mitten im Klassenzimmer. Weiterhin finden Sie bei der Bundeszentrale für politische Bildung das Projekt Die Bibliothek der geretteten Erinnerungen, der Wiener Organisation Zentropa. Mit Hilfe von animierten Fotos und Karten sowie autobiografischen Erzählungen werden hier die Lebenswege europäischer Juden eindrucksvoll nachgezeichnet. Ich bedanke mich, dass Sie heute mit dabei waren. Ich hoffe, Sie haben ein paar außergewöhnliche Ideen für Ihre Unterrichtsgestaltung mitnehmen können, an die sich Ihre Schülerinnen und Schüler noch lange erinnern werden und die, wie Roman Herzog meinte, auch in die Zukunft wirken.